Liebe Studentin, lieber Student, wir bleiben bei der Übung zum Gebrauch der deutschen Präpositionen, einem sehr schwierigen Kapitel der deutschen Grammatik. Bitte ergänzen Sie die Lücken mit den richtigen Präpositionen bzw. auch mit den richtigen Deklinationsendungen. Nach einer kurzen Pause werde ich Ihnen die Lösung mündlich übertragen, sodass Sie eine Kontrollmöglichkeit haben. So und nun zur mündlichen Lösung. Von hier oben zwischen den Weinbergen blicken wir hinunter ins Tal auf Durbach, das noch im Nebel liegt. Wir sehen deutlich die Kirche, die in der Mitte des Ortes herausragt. Die Landschaft um uns liegt im bunten, farbenprächtigen Kleid des Herbstes. Ich bin hier in der Mitte des Herbstes. von hier oben im Beglein. Vielen Dank.